Aha, endlich mal ein Weg runter. Etage tiefer. Ja, ist ja okay. Hier geht's los. Wo kommst du jetzt her? Mann, das muss ja Lebenspunkte geben, wenn wir hier rauskommen. Das ist ja jenseits von allem. Hallo? Upsi. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Mhm. Hm? Und nochmal etwas tiefer. Das ist doch schön. Aaaaaah! Was ist dort, was dort vor uns? Was? Armour des Freud, das lese ich ungerne. Dann bleiben wir bei der Plattenrüstung. Dö, schlangen. Jetzt wird sie nicht. Aaaaaah! Ah, schon wieder Ork! Okay. Aaaaaah! Ja, das war jetzt leicht schwer zu erkennen, muss ich zugeben. Aaaaaah! 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 Hallo Würfel! Jaaa! Hallo Spinne! Aaaaaah! Hallo Zyklop! Äh, nein. Hallo Truhe? Ich wollte es schon sagen, so viele Fallen können da gar nicht drin sein. Noch tiefer. Hör mal zu, Würfel, mit dir. Ja, ist okay. Ein Sarg. Und noch einer. Ah ja, jetzt geht es aber los. Noch ein Sarg. Nein! Denkbar. Das geht noch tiefer. Oh Gott. Wir haben die Hälfte unserer Lebenspunkte jetzt schon aufgerieben. Die Frage ist, ob wir dann noch wirklich tiefer gehen wollen. Toll. Danke. 200 ein Schad. Leck mich am Heimer. Aua. Aua. Wir sind mittlerweile Level 7. Es könnte ja bessere Waffen und dergleichen geben. Ich möchte diesen Dungeon wieder verlassen. Danke. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr, wo es zurückgeht, aber das finden wir schon raus. Ja. Na, das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Ah, den habe ich aber auch noch um, wenn du jetzt einmal da bist. Natürlich. Ach, leck mich doch, du blöde Schlange. Hallo, Zyklop. Hallo, Truhe. Ah. Hallo, Leiter. Puh, aber jetzt dürften es ja wieder nur leichte Gegner geben. Ja, das ist doch noch sehr verträglich. Hm. Ach, wenn ich natürlich mal wieder keine Ahnung habe, wo ich bin und hin muss und hin will und überhaupt. Hm. Hm. Ah, ja, doch, war eine Fledermust, die da auf uns zukam. Und hinaus. Äh, hinaus. Oh. Ja, jetzt geht's aber los hier. Ich habe das Gefühl, die wollen mich nicht wirklich rauslassen. Na toll. Ja. Endlich geht's hier raus. Hui, das hat uns ganz schön Lebensenergie gekostet. Aber, dafür haben wir jetzt auch ein Level Up. Ein schönes, ein feines, ein ganz wundertolles. War hier nicht in der Nähe noch eine Stadt. Da ist eine Stadt. Die betreten wir bitte mal. Ich hätte gerne neue Rüstungen, wenn's geht. Hm. Nichts, was mich jetzt so interessiert. Hat auch nichts Besseres als den Reflexions- Dings, der ja einfach mal so kaputt geht. Könnten wir eigentlich Magie verwenden. Als Nicht-Magier. Scheint so. Das wäre nämlich gar nicht so... Nee. Entschuldigung. Das wäre nämlich gar nicht so unpraktisch. Ein Spell. Wir haben Prayer Ready. Aber ob wir den wollen, weiß ich nicht. Aber Leiter hoch wollen wir. Bringt uns direkt eine Etage höher. Ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Manchmal. Okay, eigentlich wollte ich jetzt zurück in Richtung... Nicht da. Äh, Lord British Stingsbums oder irgendein anderes Ding, um... Irgendeine andere Burg, um dort eventuell noch eine Quest anzunehmen. Aber nicht hier lang. Okay. Äh, ja... Geben wir hier mal rein. Achso, das war hier. Doof. Ja, ihr uninteressant kleines Shifties geht mir aus dem Weg. Also, ich meine, ihr seid mir nicht per se im Weg. Ihr seid nur nervig. Einfach, weil ihr da seid. Wo ging's denn dann? Ich brauch' ne Weltkarte. Hm, 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 hm. Hallo, kleines Nessilein. Na, nach Süden. Ich glaube, hier komm' ich nicht drumherum. Nein. Ja, ich hätte ihn jetzt können umhauen, aber ich wollte nicht. Burg! Nerv' mich nicht, Schiff. Guck' mal doch mal. Wer bist du? Bist du, Lord British? Äh, da, 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 Service. Thou art on a quest for me already. Okay. Das ist, Lord British. Ja, und wenn man den Baden umhaut, hab' ich mal gemerkt, dann sind die Wachen irgendwie ein bisschen böse. Ja, ist gut, gut, ich geh' ja schon wieder an die Stadt. Ich glaube, nämlich, ich bräuchte ein Schiff. Nein, ich wollte kein Shuttle. Eine Fregatte klickt gut. Sold. Wie benutze ich die jetzt? Äh, okay. Also, sie ist da. Wie benutze ich das Ding jetzt? Nö. Pü, prü, 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 prü. Erstmal speichern. Hab' ich gespeichert, hab' werd' ich direkt angegriffen. Ist ja unverschämt. Ähm. Nein, right geht nicht. Use? Nein. Ähm. Ähm. Drive. Drop. Nein. Ähm. Ja. Das sollte ich potenziell mal nach... Board. Tü, 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 tü. Toi. Ich hau' die Schiffe jetzt mit meinem Schwert von meinem Schiff aus kaputt. Auch wenn die mit Kanonen auf mich schießen. Ist mir egal. Das find' ich interessant. Komm, geh kaputt. Hihihi. Ich hab' ein Schiff. Ah. Ah. Ja, Mensch. Ähm. Oh. Ähm. Ja, ähm. Hm. Das war jetzt merkwürdig. Naja, gut. Aha. Mundane's Tor zur Helle. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so gefällt. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier schon runter will oder ob ich mir das erst mal schüttelt. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier schon runter will oder ob ich mir das erst mal schüttelt. noch etwas anschauen möchte. Okay. Ja, ist okay. Ja, 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 ja. Oh, lieber Herr. Mein Lieber. Geht ja aber. Hier geht ja die Post ab jetzt. Das ist so der Zeitpunkt, wo ich Reihe raus möchte, allein um die Lebenspunkte wieder einzusammeln. Wenn ich denn nochmal so weit komme. Da war die Leiter runter, da wollte ich hier nicht lang. Okay, komm her. So. Tötte. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ich weiß wirklich nicht, ob ich hier rein will. Naja, mit irgendeinem Dungeon müssen wir ja mal anfangen. So richtig und so. So. Ach komm. Macht's mir doch grad nicht so einfach, die Lebenspunkte hier zu verhaben. Hi. 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 Hier mal ein wenig um. Ich brauche einen Kartenzeichner. Ja, ist okay. Ja, nee, danke. Hm. Und runter. Ja, hallo Spinne. Hallo Ork. Hallo Oga. Äh, Zyklop. Hallo Spinne. Hallo Schlange. Die hab ich jetzt irgendwie. Ja, es ist... Alles wird gut. Ja. Nein. Jetzt geht's aber langsam. Tja, denkst du? Hä, hä. Nö. Also von wollen kann da zumindest keine Rede sein. Ja. Ja. Ah. Okay. Oh, Truhe. Nein. Nein. Was haben wir hier? Ah, also finanziell lohnt sich das Ganze schon mal sehr. Ja, ich hab die... den Sarg hier gesehen. Das sind diese zweiköpfigen Riesen, die sich gerne mal uneins sind. ein Vieh. Ein Vieh. Ein Vieh. Toll. Ja, toll. Also die Tür hier war doch... Ja, gelasert. Da ist auch gelasert. Ist alles gelasert. Ist auf der Weg nach oben wieder. Den ich per se nicht nutzen möchte, weil ich gerade nicht wieder hoch möchte. Wenn ich schon so tief... Da möchte ich auch tiefer. Da möchte ich nach unten. Da möchte ich... ... ... ... ... ... Huh? Ha!